Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. In diesem Video möchte ich über die meiner Meinung nach beste Waffe in Season 4 reden. Ich weiß, viele von euch werden nicht meiner Meinung sein, denn vor ein paar Tagen habe ich in meinem Community-Tab auf meinem Kanal die Umfrage gestartet, welches eurer Meinung nach die beste Waffe in Season 4 ist. Da fiel zu 40% die R99. Da es mir aber hier in dem Video um eine Multifunktionswaffe geht, die im Nahkampf und auch auf mittlere Distanz, mit einem Rechemisier vielleicht auch auf höhere Distanzen sehr, sehr wirksam ist, ist es für mich einfach nicht die R99, weil die ist wirklich nur im Nahkampf mega, mega heftig. Ich kann mal sagen, es geht definitiv um die Hemlock, so viel möchte ich schon mal sagen. Und die wurde gerade mal in meinem Voting, was ungefähr 100 Leute kommentiert haben, gerade mal zu 10% genannt, was echt heftig ist. Und das beweist, dass die sehr, sehr unterschätzt ist. Gebt dem Video eine Chance, ich möchte euch auf der Firing-Range gleich ein bisschen was zeigen, was zu erzählen. Die wurde in Season 4 nämlich gebufft. Gebufft? Ja, gebufft. Die Feuerrate-Meinzelschuss-Modus wurde enorm. Das klingt nicht viel, aber sie wurde meiner Meinung nach enorm erhöht. Das macht schon fast einen Schuss pro Sekunde mehr im Einzelfeuer-Modus aus. Dann zeige ich euch noch ein paar Gameplays, die eigentlich zumindest für meine Verhältnisse eindrucksvoll beweisen sollten, dass die Hemlock definitiv es verdient hat, öfter gespielt zu werden. Ich kann euch im Ranking mal noch sagen, unter der 99 mit 40% kam die 301 mit knapp 25% genannt. Dann kamen noch die Flatline und die Brawler. Das sind alles tolle Waffen. Mir geht es aber hier speziell darum, die Waffe braucht fast keine Aufsätze. Also du kommst ohne Visier auf hohe Distanz mit der Klar. Du brauchst fast nicht mal ein erweitertes Magazin. Und wenn überhaupt, wenn was wichtig ist, dann ist es nur das erweiterte Magazin. Und den Rest brauchst du eigentlich gar nicht. Jetzt springen wir mal in die Failing-Range. Dann nenne ich euch noch ein paar Daten. Danach geht es ins Gameplay. Viel Spaß. Jetzt schon mal einen Daumen da lassen. Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Viel Spaß. Ganz kurz zum Buff, den die Waffe in Season 4 bekommen hat. Sie schießt jetzt statt 5,6 Kugeln pro Sekunde. 6,4 Kugeln pro Sekunde. Insgesamt 0,8 Kugeln pro Sekunde mehr. Das klingt jetzt natürlich erstmal nicht viel. Das betrifft natürlich auch nur den Einzelfeuermodus. Das hat mit dem Burstmodus überhaupt nichts zu tun. Und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, was die Waffe drauf hat. Selbst ohne jegliche Aufsätze. Ihr braucht kein Visier. Theoretisch, je nachdem was für eine Distanz. Ihr braucht nicht mal zwingend ein erweitertes Magazin. Was nämlich richtig geil ist. Zieht euch einfach jetzt mal die Feuerrate rein. Ihr braucht natürlich einen vernünftigen Triggerfinger. So ein bisschen Tourette im Abzug. Kann definitiv nicht schaden. Mir geht es auch hier hauptsächlich nicht um den Burstmodus, sondern wirklich um den Einzelfeuermodus. Jetzt zieht euch einfach mal rein. Mit ein bisschen Rückstoßkontrolle natürlich. Wie schnell der Gegner down ist. Ich habe jetzt einmal zu viel geschossen. Der Gegner war schon down. Der Gegner hat ein lila Körperschild. Natürlich hat er sich jetzt nicht bewegt. Darum geht es ja jetzt auch nicht. Aber ich habe von einem Standardmagazin von 18 Schuss noch 8 oder eigentlich 9 Schuss übrig. Und da war nicht jeder Treffer so perfekt. Wenn du natürlich jeden in die Fresse ballerst, hast du noch mehr übrig. Aber darum geht es nicht. Es ist ja in der Heknik so, bewegst du dich mal ein bisschen, dann scuffst du hier mal ein bisschen rum. Und selbst dann reicht das Standardmagazin für wenigstens ein Gegner. Und dann habe ich, ich kann das natürlich mal vergleichen. Hier im Burstmodus ist der Gegner natürlich ein bisschen schneller down. Aber mit einem Burst kann nicht jeder umgehen. Ich habe wirklich selbst die Waffe sehr unterschätzt. Schon die ganze Zeit, seitdem Apex überhaupt existiert. Ich hätte es schon viel früher zocken müssen, eigentlich finde ich. Selbst ohne diesen Buff von 5,6 auf 6,4 war die Waffe vorher schon ein Biest. Aber jetzt mit den 0,8 Kugeln pro Sekunde mehr, gibt der Waffe eine Chance ohne Mist. Jetzt lasst einfach mal die R99 mal ein paar Mal mehr weg und übt mit dieser Waffe. Ich weiß, Einzelfeuermodus ist nicht jedermanns Sache. Ich liebe auch vollautomatisch auf den Gegnerrotzen, wie die Flatline oder die Spitfire oder die 301. Aber ich gehe jetzt einfach mal auf das erweiterte Magazin mit einem Standard-Rotpunkt-Visier. So, ach, jetzt habe ich einen Schuss verfehlt oder einen Schuss zu wenig. Und mein Trägerfinger funktioniert gerade nicht so. Wenn ihr richtig trefft, wirklich das Aim eures Lebens habt, dann könnt ihr drei Gegner theoretisch mit einem lila Körperschild runterrotzen. Ist natürlich in der Praxis eher unwahrscheinlich. Aber zwei Gegner in der Hektik mit lila Buddy. Und ihr trefft ja nun nicht immer auf einem voll ausgestatteten Squad. Und ihr seid ja natürlich normalerweise auch nicht alleine. Aber das zum Nahkampf. Um einfach mal von der 99 wegzugehen und zu sagen, ey, die Hemlock ist im Nahkampf eigentlich auch richtig geil. Weil die Feuerrate hier... Ich kann ja spaßeshalber mal vergleichen. Mal sehen, ob das im Moment falsche Richtung... Ich kann das ja einfach mal hier testen, auch wenn das hier eigentlich überhaupt nicht hergehört. Ne, stopp. Zack. Wir rüsten mal ein bisschen leichter aus, da ich die nicht so gut kontrollieren kann. Zack. Nehmen wir auch noch den Barrel Stabilizer mit. Jetzt rotze ich im Vergleich den Gegner von der Entfernung einfach mal runter. Das ist eben mein Problem mit der R99 und Rückstoßkontrolle. Die R99 und ich, wir werden definitiv keine Freunde. So, jetzt vergleichen wir das einfach nochmal. Also ich finde, zeitlich ist da fast kein Unterschied festzustellen. So, jetzt möchte ich aber wieder von der 99 weg, weil darum geht es ja nicht. Und zwar möchte ich euch... Moment. Ich muss hier mal ein bisschen was entfernen. Das soll nämlich hier auch nicht drauf sein. Und zwar brauche ich noch dieses Visier. Und jetzt gehen wir nämlich... Und deswegen ist das für mich definitiv die Hemlock und nicht eine 99, weil es um die Multifunktionalität der Waffe geht. Wenn wir jetzt im Einzelfeuermodus einfach mal hier die mittlere Distanz ungefähr haben, wobei das schon eigentlich eine höhere Distanz ist, da stinkt faktisch die 99 fast ab. Es gibt nur wenige Leute, die auf die Distanz mit der 99 noch richtig präzise umgehen können. Und das ist einfach mal für mich ein Fakt. Ich bewege mich jetzt hier ein bisschen hin und her. Und ich habe gerade so, ohne ein erweitertes Magazin, auf die Entfernung den Typen runtergerotzt mit einem lila Körperschild. Und auch die Waffe eignet sich perfekt. Stellt euch vor, der Gegner ist gedauend noch nicht gefinisht. Der kraucht hier so ein bisschen rum. Da könnt ihr vielleicht mit diesem Magazin hier richtig schön das ganze Magazin in den Arsch blasen. Und der Gegner ist runtergerotzt. Und das ist nämlich das Nächste. Wir können noch ein Stück weiter weggehen. Und da ist nämlich dieses lila halboffene Visier auch richtig geil. Und jetzt bin ich schon wirklich auf eine Distanz, wo viele einfach nur noch die Sniper auspacken. Hier eignet sich zwar die hohe Feuerrate nicht mehr so gut, aber Einzelschuss kannst du so präzise, wenn du schön geschmeidig aimst, hauptsächlich auf den Oberkörper, kannst du vielleicht den Gegner auf Distanz nicht so einfach downen, aber zumindest auf die Ferne halten, sodass sie euch nicht so schnell pushen können. Oder vielleicht wirklich euch auf die Ferne ein bisschen einbauen. Zwei Squads befeilen sich gerade auf einem Dach oder so. Und ihr seid irgendwo schön in Deckung und könnt vielleicht den finalen Schuss landen. Und der Kill gehört euch. Auch der Burst-Modus auf die Entfernung ist zwar hier schwerer zu kontrollieren. Achtet, das möchte ich übrigens mal noch euch zeigen, wie das Burst-Verhalten einmal mit und einmal ohne goldenen Barrel-Stabilizers. Ich kann mich noch erinnern über meine Barrel-Stabilizer-Lüge. Waren viele nicht meiner Meinung. Aber hier kann man eindrucksvoll feststellen, wenn ihr den Rückstoß nicht kontrolliert. Darum geht es mir jetzt, dass der Barrel-Stabilizer fast nicht viel bringt. Wenn man kontrolliert, ist es natürlich einfacher. Aber zieht euch jetzt mal den Burst-Modus rein. Ich ziele direkt auf die Eier und schieße so schnell wie möglich. Und ich kontrolliere den Rückstoß nicht. Dann seht ihr, die Waffe trifft jetzt erst nach oben, aber dann schräg links und geht dann zurück auf den Gegner. Die Flugkurve ist klar. Aber jetzt sollte ich vielleicht mal, Moment, vorher das Teil runternehmen und das auch noch mit lila Barrel-Stabilizer. Das Rückstoßverhalten ist haargenau gleich, ob mit einem goldenen Lauf-Stabilisator oder nicht. Du merkst, das Einzige, was du merkst, ist, wenn du dagegen hältst. Ich habe jetzt ganz, ganz leicht dagegen gehalten. Wenn du dagegen hältst, merkst du den goldenen Lauf natürlich. Aber ansonsten brauchst du, wie gesagt, für diese Waffe nichts, eigentlich nichts, außer einem erweiterten Magazin. Das erweiterte Magazin einfach nur hier das Lilan drauf machen, auch wenn ich mich jetzt hier vielleicht ein bisschen wiederhole. Fangen wir einfach mal mit dem an. Nummer 1, Nummer 2, das echt war ich nicht mal bei 2, das war jetzt aber schwach. Moment, nochmal nachladen. Manchmal schießt man noch einfach viel zu hektisch. Aber 2, wie gesagt, 2 sind locker drin, jetzt hatte ich noch 8 Schuss drin. Manchmal sitzt es eben nicht. Deswegen sollen jetzt meine Live-Bilder aus ein paar Gameplays, Kings Canyon und World's Edge, euch so ein bisschen nahe legen, dass die Waffe natürlich auch Fehlschüsse, gerade mit einem Lila Magazin, Fehlschüsse verzeiht die Waffe ohne Probleme durch die hohe Feuerrate. Deswegen finde ich, am wichtigsten ist, das erweiterte Magazin. Mehr braucht ihr meiner Meinung nach nicht. Ach und übrigens, natürlich, die Waffe hat auch kein Muscle Flash. Erinnert ihr euch, wenn ihr zum Beispiel mit der R99 im extremen Nahkampf rumfightet und ihr visiert den Gegner an, dann flimmert das immer so. Ihr seht den Gegner nicht richtig. Das passiert mit der Hemmlung einfach so gut wie gar nicht. Wenn dann nur minimal. Das ist auch noch ein enormer Vorteil. Kann man leider in der Firing Range auf den Dummies nicht simulieren, was ich ein bisschen schade finde. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich vergessen habe zu erwähnen? Ich glaube eigentlich nicht. Wie gesagt, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Live-Bildern, wie die Waffe live agiert. Wie gesagt, die verzeiht... Ach so, das habe ich auch noch nicht erzählt. Natürlich. Aus der Hüfte. Auch mega geil. Einzelfeuermodus aus der Hüfte. Das ist absolut genial. Das gab es ein bisschen rum. Naja, jetzt habe ich gerade nicht so gut getroffen. Okay, sei es drum. Jetzt zeige ich euch die Live-Bilder. Schaut euch die gerne an. Es lohnt sich wirklich, bis zum Schluss euch das reinzuziehen, um euch noch ein bisschen außerhalb der Firing Range zu zeigen, dass die Waffe es wirklich verdient hat, gespielt zu werden. Mittlerweile ist es tatsächlich meine Lieblingswaffe und hat die Flatline oder die G7 klar überholt. Gebt mir mal ein Feedback, was ihr von der Waffe haltet. Vielleicht spielt ihr sie erst mal eine Weile. Gebt mir dann ein Feedback, würde ich mich sehr drüber freuen. Lasst dem Video einen Daumen da an. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr noch nichts rund um Apex Legends, Livestreams, Tipps und Tricks und Informationsvideos verpassen wollt. Viel Spaß jetzt bei den Live-Aufnahmen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Hört rein. Ciao. Tschau. Hat der immer von der Stilte? Boah, ich sehe nichts. Hat kein Buddy mehr. Slow. One-Shot. Boah, dieser fucking Smoke. Der hat keine Zeit, sich zu heilen. Ich hab ihn. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Das war für eine Bang-Rae-Go, okay? Wir sagen, Gibi, Gibi. Ist nur da. Achtung. Ich hab alle. Was heißt, alle? Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Oben. Oh, war das knapp, ey. Oh, ein, 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 ein. Der snipe, der hat kein Buddy mehr. Der hat kein Buddy mehr. Ich war ein Sniper, die sie haben müssen. Ich kriege gar nichts hin. Erst Shrek. Der ist absolut low. Oh, ist für Schildblock. Einer, Schildblock. Erst Shrek, erst Shrek, erst Shrek. Du drückst ihn, 16. Kannst du hier hoch, hoch, hoch. Ich hab noch keine Sip-Line, falls du mich meinst. Oh, ich hab's geschafft. Ich geh zurück, ich geh zurück, ich geh zurück. Ja, ich bin da, ich bin, ich bin da. Ich muss jetzt schauen, ob jemanden das Leider gesehen hat. Hier unten. Ne, leider nicht. Steps ganz nah. Schild, getroffen, 4-7. Und down, einen hab ich. Ich komm wieder. Da ist der zweite. Kramp-Granate. Können wir mal jetzt gut pushen eigentlich. Ja, pushen, 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 pushen. Hier kommt noch einer hinter uns. Einen hab ich. Hier ist einer, hier ist einer oben. Einer sind nach. Zwei hab ich. Lukas, Richtung, Richtung, ja. Ja. So rum. So schlimm. Ich seh ihn nicht. Kommt, pusht. Ich muss weg. Fuck. Vorsicht, du musst was dauern. Ah, der ist, der ist low, der ist low. Habe ich. Alter. Ja, nicht viel nach, Alter. Diese fucking Trex-Rick. Oh Gott, ich liebe die Hemlock, ey. Wie konnte ich sie so lange nicht spielen? Rucksack. Oh Gott, ich liebe die Hemlock. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihr seid so dumm, ey!